So, einen schönen guten Morgen von der Art Grazruhe. Wir sind hier wieder vertreten, Halle 4, Halle R12. Ich würde mich freuen, wenn Sie Zeit haben uns zu besuchen. Wir haben hier eine schöne Präsentation auf der Art Grazruhe. Wir zeigen diesmal Reste Monaco, neu hier auf der Messe. Wir machen wunderbare Arbeiten von Silvia van der Mer hier. So ist Norbert Rosing. Bertram Schiel. Ivan Buus. Morizio. Bertram. Bertram Schiel. Bertram Schiel. Bertram Schiel. Bertram Schiel. Bulgです. Ich habe mit Engl tapedCHrov haben ja auch 최근end die Bücher. und Hermann Dlaimer von Seres wird Hostiles zeigen können. Und natürlich intim 똘나谷 dann die Kabel mit Bienen. Jetzt diese Bücher Und ich würde mich freuen, wenn Sie Zeit haben, uns zu besuchen, der Ort Karlsruhe.